In diesem Video möchte ich das Plugin Magic Bullet Luxe für die Videobearbeitung vorstellen, welches Sie bei uns inklusive Videolernkurs erhalten können. Magic Bullet Luxe ist ein sehr einfach anzuwendendes Plugin für ansprechende Farbgestaltung und bevor ich etwas weiter ins Detail gehe, möchte ich einfach mal gleich eingangs ein paar Beispiele zeigen, wie Magic Bullet Luxe angewendet wird. Dabei ist es momentan wirklich fast egal, mit welchem Videoschnittprogramm Sie arbeiten, ob auf Mac oder PC, Magic Bullet Luxe lässt sich als Plugin wirklich in derzeit alle gängigen Videoschnittprogramme installieren, das heißt Adobe, After Effects, Premiere, Final Cut Pro X, Apple Motion, Avid Media Composer, Grass Valley EDIUS, Vegas Pro oder auch DaVinci Resolve. Ich habe jetzt hier bei mir Magic Bullet Luxe als Plugin in Adobe Premiere CC installiert und möchte einfach mal die Anwendung zeigen. Ich habe es hier schon mal als Effekt auf einen Clip angewendet und gehe dann einfach mit Edit Look in die Magic Bullet Luxe eigene Oberfläche, die sehr einfach und intuitiv zu bedienen ist. Und hier finden wir erstmal auf der linken Seite ein riesiges Vorlagenarchiv an vordefinierten Video Looks, die ich sehr einfach out of the box sofort auf mein Videomaterial anwenden kann, was dabei auch schon sehr schön ist, wenn ich mit der Maus einfach mal über diesen Vorschaubildchen der Bibliothek spazieren fahre, dann sehe ich sofort hier in diesem Vorschaufenster, wie der entsprechende Look mit meinem Videomaterial aussehen würde. Und hier finden wir wirklich für jede Gelegenheit passende Vorlagen. Das heißt, es reicht von subtilen Looks, die mein Video einfach nur ein bisschen aufhübschen sollen, bis hin zu aufwendig gestalteten Filmstyles, bei denen die Farben bewusst in ganz andere Richtungen verschoben werden, um eben beim Betrachter, beim Zuschauer emotional mit der Stimmung bestimmte Wirkungen zu erzielen. Und das ist tatsächlich ja auch erstmal das Hauptthema, warum man überhaupt Farbgestaltung im Film einsetzt und eigentlich tatsächlich auch unbedingt einsetzen sollte. Denn mit Filmen möchte man ja im Normalfall Emotionen, Stimmungen transportieren. Und ein ganz wichtiges Hilfsmittel beim Transportieren von Stimmungen ist eben die gezielte Farbgestaltung, also der gezielte Look eines Films. Es geht dabei jetzt tatsächlich auch nicht um Farbkorrektur, sondern eben um kreative Farbgestaltung als Träger der Stimmung, um beim Betrachter eben ganz bestimmte Stimmungen auszulösen, was sich jeder Filmemacher in der Regel zunutze macht. Selbst bei Dokumentarfilmen, welche vielleicht so ein bisschen eine Ausnahme wären, findet zumindest bei besseren Produktionen ebenfalls eine Farbgestaltung statt, weil meistens möchte man auch dort gewisse Stimmungen eben mit transportieren. Die Frage wäre jetzt natürlich, warum soll ich dafür ein Plug-in einsetzen? Die Programme, die ich auch vorhin genannt habe, die haben doch selber meist sehr umfassende Gestaltungsmöglichkeiten im Bereich Farbe. Und die Antwort darauf ist wiederum auch sehr einfach. Wenn Sie die Tools in den verschiedenen Videoschnittprogrammen wirklich gut bedienen können wollen, dann müssen Sie sich sehr intensiv damit beschäftigen und Sie müssen sich natürlich auch sehr intensiv mit dem Thema Farbgestaltung und wie Farben wirken auseinandersetzen, um die gezielte Stimmung dann auch mit den entsprechenden Werkzeugen umsetzen zu können. Und genau an dem Punkt setzt Magic Bullet Looks ein. Dieses Plug-in, ich habe es jetzt bei mir hier schon mal auf einen Clip angewendet, zeichnet sich zum einen dadurch aus, dass hier eine riesige Sammlung von vorgefertigten Looks zur Verfügung steht. Die sehen wir zum Beispiel hier, die Sie sehr einfach und intuitiv auf Ihren Film anwenden können. Ich habe jetzt hier schon mal eben einen Clip rausgesucht. Ich setze mal den zuvor angewendeten Look hier mal zurück. So sieht also der Original-Clip aus. Zugegebenermaßen schon eine wirklich sehr schöne Aufnahme, aber mit Looks können wir eben auch hier gezielt nochmal eine bestimmte Stimmung in dem Film mit transportieren. Um mal einen Überblick zu verschaffen, ich habe das jetzt mal so angewählt, dass wir hier wirklich alle Looks-Vorlagen sehen können, die hier zur Verfügung stehen und Sie sehen, dass es wirklich eine ganze Menge an Looks-Vorlagen, die hier mitgeliefert wird und diese sind jeweils nochmal unterteilt in verschiedene Unterkategorien, sodass man, wenn man sich mal ein bisschen damit vertraut gemacht hat, hier schon sehr schnell die Looks-Vorlagen finden kann, die einem für den eigenen Film hier weiterbringen. Ich nehme jetzt hier nochmal einen etwas extremeren Look und möchte den mal hier übernehmen. Und wenn ich dann so einen Look ausgewählt habe, muss ich den auch nicht unbedingt hier in dieser Form verwenden. Ich kann sehr einfach über diesen Stärkeregler zumindest schon mal sagen, im Prinzip gefällt mir dieser Look, aber ich möchte ihn etwas dezenter und hier einfach die Stärke zurückfahren, um diesen Look hier in einer abgeschwächteren Variante einzusetzen. Ich möchte das jetzt mal übernehmen in mein Videoschnittprogramm. Wie wir sehen, arbeite ich hier mit Adobe Premiere, aber wie gesagt, Magic Bullet Looks funktioniert mit allen gängigen Videoschnittprogrammen. Ich habe jetzt hier nochmal einige weitere Beispiele vorbereitet und einige der Beispiele habe ich bewusst so gewählt, dass ich jetzt hier kein, in Anführungszeichen, Hochglanz-Filmmaterial verwendet habe. Natürlich würde sich Looks auch für sowas anbieten. Hier ist jetzt nochmal eine etwas ausgefallene Aufnahme, aber später kommen auch ganz normale Aufnahmen, die mir von verschiedenen Kunden zur Verfügung gestellt wurden, wo wir dann auch sehen, auch bei solchen Aufnahmen kann es sehr, sehr interessant sein, eine gezielte Farbgestaltung mit Magic Bullet Looks anzuwenden. Hier habe ich jetzt mal ein Beispiel ausgewählt. Das ist auch schon eine wirklich sehr schöne Aufnahme mit einem etwas extremeren Look, wo auch jetzt hier so ein, ja, wirklicher Hollywood-Film-Look verwendet wird, kombiniert mit so ein bisschen Glanzeffekten. Sowas könnte man sich für ein Werbevideo oder ein Sportvideo vorstellen. Schauen wir mal ein bisschen weiter. Hier haben wir jetzt eine Landschaftsaufnahme. Ich habe hier übrigens die Bilder bei den meisten Videos angehalten, damit wir nicht ständig von dem Bewegtbild irritiert werden, aber es handelt sich hier wirklich um Filmmaterial. Hier hatte ich auch schon mal eine Looks-Vorlage angewendet und hier sieht man jetzt auch ganz deutlich, wie der Film wirklich Charakter bekommt durch den hier angewendeten Look. Gehen wir auch nochmal rein in die Looks-Einstellungen. Natürlich könnte ich auch hier wieder eine andere Vorlage auswählen und auch hier sieht man wieder sehr schön, sobald ich mit der Maus über ein Miniaturbild in den Vorlagen drüber gehe, wird mir der entsprechende Look hier mit meinem Bild angezeigt. Es gibt auch so ganz extreme Sachen, wie so simulierte Nachtaufnahmen, aber auch eben ganz ganz viele Standard-Looks. Hier könnte ich zum Beispiel wirklich so einen heißen Sommertag simulieren. Es ist natürlich ein bisschen übertrieben, aber wie gesagt, es geht hier gar nicht um Farbkorrektur, sondern es geht hier wirklich um kreative Farbgestaltung. Und wenn Sie Filme mal bewusst mit diesem Thema im Hinterkopf anschauen, dann werden Sie feststellen, dass sowas extrem oft eingesetzt wird, um eben Ihre Stimmung beim Betrachten des Films zu lenken. Ja und genauso einfach ist dann eben auch die Anwendung von Looks. Ich muss eigentlich nichts anderes machen, als dieses Looks auf einen Clip anwenden und dann das gewünschte Preset auswählen. Auch hier sehen wir nochmal so eine Aufnahme ohne Looks mit Looks. Hier auch eine sehr subtile Gestaltung. Auch sowas ist natürlich mit Looks möglich. Dieses Beispiel hier mit der Frau möchte ich später nochmal zurückkommen. Hier ein Beispiel, bei dem man sehr schön sehen kann, wie durch einen Look auch die Aufmerksamkeit gelenkt wird. Ich habe jetzt hier schon eine Looks Vorlage angewendet und der Motorradfahrer hier in der Mitte des Bildes wird durch diesen Look nochmal etwas herausgearbeitet und die Aufmerksamkeit eben hier auf den Protagonisten gelenkt. Das ist auch ein Vorteil vieler Looks, die dann so gemacht sind, dass tatsächlich Menschen, die im Bild vorhanden sind, aufgrund ihrer Farben und einiger anderer Kriterien aus dem Bild herausgehoben werden. Hier auch wieder ein Beispiel für einen eher subtilen Look. Hier ist jetzt mit Magic Bullet Looks der Reiter. Kann man hier jetzt nicht sehen, aber der sitzt auf einem Pferd. Also dieser Bogenschütze wird jetzt hier ein bisschen ganz subtil hervorgehoben. Da würde jetzt den meisten Anwendern wahrscheinlich gar nicht auffallen, dass hier sowas wie ein spezieller Video Look angewendet wurde. Schauen wir uns dazu nochmal ein, zwei Beispiele an. Ich gehe jetzt hier wieder in die Looks Oberfläche. Hier sieht man eben auch sehr schön, Magic Bullet Looks liefert seine eigene, sehr übersichtlich und einfach zu bedienende Oberfläche. Da gehe ich jetzt mal in die Kategorie Menschen und da finden wir so ein paar Looks. Zum Beispiel dieser hier, mit dem der Bogenschütze jetzt noch wesentlich deutlicher in den Vordergrund gehoben wird. Das wäre jetzt schon tatsächlich so ein klassischer Film Look, den ich natürlich auch für meine Filme gezielt einsetzen kann. Auch da würde es sich dann vielleicht anbieten, so einen Look zu übernehmen und mit dem sehr abhängig von der jeweiligen Situation, von dem jeweiligen Film, in dem ich dieses Material einsetzen möchte. Hier habe ich als Beispiel mal eine Architekturaufnahme. Auch hier erstmal der Original Clip. Der ist zwar schon ein bisschen bearbeitet, was Helligkeit und Kontrast betrifft, aber ein spezieller Look ist jetzt hier noch nicht angewendet. Das ist also das Original. Und hier jetzt mal einfach zwei Beispiele für Looks, die hier angewendet wurden. Und auch da habe ich eigentlich sehr schön die Möglichkeit zu zeigen, wie hier eine Stimmung in das Bild hinein transportiert wird durch die gezielte Gestaltung mit diesen Looks. Auch hier nochmal ein etwas extremeres Beispiel. Hier sieht man auch sehr schön, wie so Filmkorn simuliert wird. Dadurch erscheint die Aufnahme wesentlich älter. Schauen wir uns hier mal ein Beispiel an von einer Konzertaufnahme. Hier ist das Originalmaterial. Das ist soweit eigentlich ganz okay. Sieht aber jetzt tatsächlich erstmal nach Dokumentation aus. So sieht es eben original aus. Aber die Stimmung, die die Zuschauer beim Zuschauen hatten oder die beim Konzert geherrscht hat, die wird durch dieses Bild eigentlich überhaupt nicht transportiert. Und das wäre jetzt auch ein klassischer Fall für gezielte Farbgestaltung. Schauen wir uns einfach hier mal ein paar Beispiele an. Ich habe die jetzt mehr oder weniger willkürlich gewählt. Hier ein etwas extremeres, was natürlich für Musik absolut okay wäre. Hier ein eher subtileres. Im Vergleich sehe ich dann hier zwar einen Unterschied. Auch hier deutlich sichtbar, dass die Musiker in den Vordergrund rücken mit dieser Farbgestaltung. Und hier jetzt nochmal ein relativ extremes, was aber eigentlich super geeignet wäre, um eine bestimmte Stimmung zu transportieren, die dann eben hier eigentlich vielleicht auf dem Konzert geherrscht hatte. Weiteres Beispiel aus einem Hochzeitsvideo, wo die Zeremonie im Freien stattgefunden hat. Hier sehen wir einen Teil der Originalaufnahme. Und hier jetzt zum Beispiel ein spezieller Look, der so ein bisschen Glamour auch nochmal ins Bild reinbringen soll. Und auch für sowas eignet sich natürlich Magic Bullet Looks wirklich perfekt. Wollte man sowas mit den Bordmitteln eines Videoschnittprogramms gestalten, dann müsste man sich schon ziemlich gut auskennen und vor allem viel Zeit investieren. Hier habe ich vorgefertigte Looks, mit denen ich solche Resultate eben wirklich sofort bekommen kann. Hier eine Sportaufnahme von einem Motocrossfahrer, der gerade einen Sprung macht. Das hier ist wieder das Original. Hier haben wir jetzt einen angewendeten Look und auch hier wird sehr schön sichtbar, wie der Protagonist in den Vordergrund gerückt wird. Die Aufmerksamkeit wird auf das eigentlich Wichtige gelenkt. Auch das ist einfach ein vordefinierter Look. Hier nochmal eine andere Variante. Hier wieder Urlaubsmaterial. Das ist wieder das Original. Schauen wir es uns mal mit verschiedenen Looks an. Und ja, ich denke da braucht man nicht viel zu erzählen. Mit den Looks sieht das wesentlich interessanter und ansprechender aus. Und so könnte ich jetzt auch gezielt einen Look aussuchen, den ich für bestimmte Orte innerhalb meines Filmes, und wenn es auch nur ein Urlaubsfilm ist, nutzen kann, um hier gezielt Stimmungen zu schaffen. Und hier nochmal eine Aufnahme, bei der ich finde das besonders schön rauskommt, weil die sieht erstmal nach gar nicht viel aus. Da wurde einfach die Kamera quasi draufgehalten und gefilmt. Hat jetzt so erstmal keine starke Ausstrahlung in irgendeiner Hinsicht. Und mit Looks kann ich jetzt eben hier auch gezielt Stimmungen schaffen und selbst so einfache Aufnahmen eben mit der Stimmung versehen, die ich in meinem Film transportieren möchte. Exemplarisch für die verschiedenen Tools möchte ich hier mal ganz kurz nur ein besonderes Tool zeigen, was ja eigentlich fast alleine schon oft wert ist, Looks einzusetzen. Und zwar immer dann, wenn man viel mit Personenaufnahmen arbeitet. Dieses Tool nennt sich Cosmo. und damit kann ich gezielt Hautpartien korrigieren beziehungsweise verschönern. Zugegebenermaßen, mein Beispiel braucht jetzt eigentlich wahrscheinlich nicht mehr viel Verschönerung, aber trotzdem kann man es hieran gut sehen. Wenn ich jetzt hier mal dieses Cosmo Tool einsetze, sieht man, wie die Haut quasi in Anführungszeichen geschminkt wird. Also ich kann damit eben so einen in Anführungszeichen Schminkeffekt unter anderem realisieren, einfach um Hautpartien zu glätten und zu verschönern. Schauen wir uns das eine Beispiel hier nochmal in Magic Bullet Looks selber an. Ich wechsle jetzt hier wieder in die Oberfläche von Looks. Und wie Sie gesehen haben, es gibt hier zahlreiche Vorlagen, die ich direkt hier einfach per Drag & Drop übernehmen kann. Es ist aber nicht nur so, dass ich hier ein riesiges Looks Vorlagenarchiv bekomme, sondern ich kann wirklich die ganzen Parameter, die hier jeweils angewendet werden, das sehen wir hier unten, gezielt beeinflussen, gezielt einstellen. Und da brauchen Sie jetzt keine Sorge haben, dass das zu kompliziert ist. Denn wenn Sie Magic Bullet Looks über uns beziehen, über den Link, der hier unter dem Video eingeblendet ist, dann erhalten Sie Magic Bullet Looks inklusive eines knapp dreistündigen Video Trainings, mit dem Sie gezielt lernen, wie Sie Magic Bullet Looks optimal für Ihre Videoproduktion einsetzen und auch diese vorgefertigten Looks eben individuell für Ihre Bedürfnisse perfekt umgestalten können. Musik 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 Untertitelung. BR 2018